Und muss dann nochmal zurück auf Simon Reinspielen, der jetzt durch die Mitte geht. Und dann schön links Rizzuto sieht, der den Ball in die Mitte bringt. Und Verhook kommt zum Schuss. Költer und trifft! Ganz stark! Jawohl! Meißner ist es jetzt, der beim Versuch, den Ball nach vorne zu schlagen, ein bisschen wegrutscht. Trotzdem finden wir jemanden. Und dann kommt der Ball in die Spitze auf Behrens. Der geht am Meier vorbei und schießt ins Tor! 2 zu 1! Torjäger Hanno Behrens! 49. Minute, 2 zu 1 für Hansa Rostock. Aber schafft es, den Ball noch weiterzuleiten in den Lauf von Nikolaita? Der Rühne, die Ball in die Mitte, Tor! 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 Schöntel-Hoch! Schöntel-Hoch! 52. Spielminute! Freunde, was ist denn hier los? 3 zu 1! Jawohl, so läuft es gut. Gut, ich weiß nicht, also Jens Hertel hat, denke ich, die richtigen Worte gefunden in der Halbzeit. Ja, wenn es läuft, laufen lassen. Und das haben wir heute, glaube ich, getan.